Hallo, hier ist Quert von PocketPC.ch und heute möchte ich euch einmal von Angry Birds das neue Season-Spiel vorstellen. Das ist kostenlos im Android-Markt erhältlich und ist halt ein Weihnachtsspiel von Angry Birds. Man kann aber auch die Halloween-Level spielen, also kann man hier erstmal die Weihnachtslevel aufmachen. Und das Besondere hier jetzt ist, dass man 25 Level hat, halt bis zum 25. Dezember. Und heute ist der 2. Dezember, das heißt wir können Level 1 und 2 spielen. Und wenn ich jetzt das Level 3 spielen möchte vom 3. Dezember, sagt er gleich, dass ich das leider nicht spielen kann, weil ich noch warten muss, bis der 3. Dezember ist in Amerika. Ja, das Ganze ist jetzt auch weihnachtlich gestaltet, das heißt wenn man hier sieht, ist alles schneit im Hintergrund, ist alles weiß. Und ist halt jedenfalls ziemlich cool. Dass das auch kostenlos verfügbar ist im Android-Markt, ist halt werbefinanziert. Und man kann nicht nur die Weihnachtsspiele, sondern auch die Halloween-Level spielen. Da habe ich schon ein paar mehr gespielt, da gibt es auch ein paar mehr, man kann auch alle spielen. Also habe ich hier schon ein bisschen was gemacht, aber alle habe ich auch noch nicht. Hier hinten gibt es wieder eben diese Bonus-Dinge, die man erhalten kann. Da habe ich aber noch keins gekriegt. Und wenn ich jetzt hier, das ist halt im Halloween-Style, da sind überall Kürbisse. Und man sieht hier auch der, kommen wir hier an, so geht nicht nur wegzoomen. Er hat auch einen kleinen Kürbiskopf auf. Ja, ansonsten ist das Ganze wie das normale Angry Birds. Ja, falls euch das Video gefallen hat, abonniert doch unseren Channel oder besucht uns auf www.pocketpc.ch. Vielen Dank! Vielen Dank!